Kapitel 29 Männer und Frauen 2. Wie Anna und Michael sich kennenlernten Wir sind jetzt seit zwei Jahren ein Paar. Ich kenne Michael aber schon länger, weil er immer wieder mal in meiner Firma war. Ja, das ist einfach zu erklären. Ich bin Telefontechniker und ich betreue auch die Firma, in der Anna arbeitet. Zum ersten Mal habe ich sie gesehen, als ich die neue Telefonanlage im Büro von Anna installiert habe. Und da haben wir dann zum ersten Mal miteinander geredet. Ja, das Übliche halt, was man so redet. Aber als Michael mit seiner Arbeit fertig war, da ist er nicht gleich gegangen. Er hat dann noch so herumgedruckst. Er wollte einfach nicht gehen. Aber ich hatte einen Termin und musste weg. Aber das Gute war ja, da ich für Annas Firma gearbeitet habe, konnte ich immer nachfragen, ob alles okay ist, ob alles funktioniert. Ich habe öfter angerufen, bis es endlich ein Problem gegeben hat und ich wieder hin konnte. Eigentlich gab es ja gar kein Problem mit der Telefonanlage. Aber als Michael immer wieder anrief, da wusste ich, was er wollte. Ich habe ihn dann einfach zum Mittagessen eingeladen. So war das, genau. Ja, und dann habe ich Anna von meiner Ex-Freundin erzählt und dass wir ein gemeinsames Kind haben. Und ich habe ihr auch erzählt, dass ich jetzt allein wohne. Ja, ja, das konnten Männer immer schon sehr gut. Erzählen, erzählen. Vor allem aus ihrem Leben. Aber als ich dann über mich sprach und aus meinem Leben erzählte, da merkte ich, Michael kann auch zuhören. Sehr gut zuhören. 3. Liebenswürdigkeiten und Macken Also, Anna hat viele positive Eigenschaften, aber auch einige negative. Hm, was soll ich da so spontan sagen? Also, was mich wirklich immer ärgert, ist, dass sie nie die Schranktüren zumacht. Nicht nur in der Küche, sondern auch in allen anderen Räumen vergisst sie einfach, Türen und Schubladen zuzumachen. In der Küche stört mich das am meisten. Anna stört das überhaupt nicht. Wenn ich ihr das sage, lacht sie nur. 2. Was ich an Michael toll finde, ist, dass er so viel Humor hat. Man kann immer Spaß mit ihm haben. Wirklich immer. Wenn ich mal so richtig niedergeschlagen bin, baut er mich auf. Sowohl durch seine Fähigkeit zuzuhören, als auch... Mit ihm kann ich wirklich durch dick und dünn gehen. Er ist hundertprozentig zuverlässig. 3. Ach, und da fällt mir noch ein, dass ich jedes Mal fast einen Herzinfarkt bekomme, wenn ich mit Anna Auto fahre. Sie fährt wie verrückt und meistens viel zu schnell. Dann sieht sie weder Geschwindigkeitsbegrenzungen noch andere Verkehrszeichen. Wenn Anna noch mehr Strafzettel bekommt, dann ist bald der Führerschein weg. Sie sagt nur, dass das Quatsch ist. Zum Glück ist doch nichts passiert. 4. Michael ist leider ganz schrecklich unpünktlich, während ich sehr pünktlich bin. Man muss immer eine halbe Stunde mehr einkalkulieren, wenn man sich mit ihm verabredet. Das liegt meistens daran, dass er die Zeit nicht richtig einteilen kann. Entweder fällt ihm kurz davor etwas ganz Wichtiges ein, was er noch machen muss. Oder er vergisst die Termine einfach und sie fallen ihm erst in letzter Sekunde ein. Das finde ich sehr nervig. 4. Weder noch B. Geburtstag Geburtstag Schatz, meine Mutter wird am Sonntag siebzig. Schatz, hast du gehört? Meine Mutter hat am Sonntag ihren siebzigsten Geburtstag. Was sollen wir ihr schenken? Keine Ahnung. Ist doch deine Mutter. Blumen passen immer. Habe ich auch gedacht. Blumen passen immer. Und welche Sorte? Am besten Rosen. Kennst du ihre Lieblingsfarben? Sie mag sowohl rot als auch gelb. Na gut, dann kauf ihr einen schönen Strauß. Und welche Farbe? Entweder kauf ich einen Strauß mit roten oder einen mit gelben Rosen. Was meinst du? Oder ich nehme einen gemischten. Einen gemischten was? Na ja, einen gemischten Strauß. Ich nehme nicht nur rote, sondern auch gelbe Rosen. Ich würde die Farben nicht mischen. Und ich würde weder rote noch gelbe Rosen kaufen. Kauf einfach weiße Rosen. Weiße? Warum weiße? Na, du willst ja deine Mutter nicht heiraten. Obwohl? 10. Die wichtigste Erfahrung meines Lebens. A. Hallo, Herr Lehner. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Und das ist Bruno? Ja, das ist Bruno. Hallo, Bruno. Geht's dir gut? Ja, Herr Lehner. Wie lange waren Sie jetzt in Elternzeit? Fast vier Monate. Bruno wird in zwei Wochen 14 Monate alt. Karin, meine Frau, hat Bruno bis zum achten Monat betreut. Die Regelung des Elterngeldes sieht vor, dass sich beide Elternteile die Betreuung teilen können. War Ihre Entscheidung einfach? Nein. Für Karin war das natürlich klar, dass sie in der ersten Zeit nach Brunos Geburt zu Hause bleibt. Und ich wollte mich schon auch beteiligen. Aber wie? Das war mir am Anfang nicht so klar. Was machen Sie beruflich? Das war ja das Problem. Ich arbeite freiberuflich in der Medienbranche. Und ich dachte, wenn ich mich jetzt für ein paar Monate rausziehe, dann verliere ich alle Kontakte und Aufträge. Wir haben dann wirklich sehr lange diskutiert, bevor wir den Antrag gestellt haben. Und jetzt? Also, ich würde sagen, die letzten Monate waren die wichtigste Erfahrung in meinem Leben. Es geht ja um viel mehr, als nur für Bruno da zu sein. Windeln wechseln, Fläschchen machen, mit Bruno spazieren gehen, mit ihm spielen und so weiter. Das ist die eine Seite. Aber dazu kommt noch eine ganz andere Rolle. Den Haushalt führen, einkaufen, kochen, Wäsche waschen. Ich habe das alles ganz selbstverständlich von meiner Frau erwartet, bevor ich die Rolle als Hausmann übernommen habe. Sollte jeder Vater eine Babypause machen? Auf jeden Fall. Wie ich schon gesagt habe, die wichtigste Erfahrung meines Lebens. Und man sollte sich gut vorbereiten, bis man die Betreuung übernimmt. Ich meine nicht, dass man lernt, wie man einen Brei kocht. Ich meine, dass ich bis zum ersten Tag der Betreuung von Bruno gedacht habe, ich kann ja nebenbei weiterarbeiten. Und das geht nicht? Das weiß ich nicht, ob es geht. Nur, ich wollte das nicht. Ich habe allen meinen Geschäftspartnern gesagt, dass ich jetzt eine Babypause mache, bis ich in vier Monaten wieder aktiv einsteige. Wie haben die darauf reagiert? Unterschiedlich. Ein Teil der Partner fand das richtig gut. Die haben mich sogar sehr unterstützt. Aber andere stecken noch ziemlich in alten Rollenklischees. Wie zum Beispiel? Naja, da kamen so Sprüche wie, Babypause? Das ist doch was für Frauen. Oder, willst du jetzt wirklich Windeln wechseln? Du versaust dir deine ganze Karriere. Also, bevor jemand in Babypause geht, sollte er überlegen, wie er mit solchen Reaktionen umgeht. Nie hörst du mir zu. Manchmal ist das Miteinanderreden gar nicht so einfach. Aber man kann es lernen. Gerade in Konfliktsituationen können Sätze falsch ankommen und zu Missverständnissen führen. Daran sind besonders die Killer-Phrasen schuld, die garantiert zum Streit führen. Zum Beispiel Nie machen sie. Oder immer sagst du. Und ähnliches. Was raten die Psychologen? Wir haben Dr. Verena Schleiermacher-Farnhagen gefragt. Erstens. Vermeiden sie bei Konflikten Phrasen wie, sie sind oder du hast. Hier steckt ein Vorwurf drin und die Gesprächspartner fühlen sich angegriffen oder beschuldigt. Benutzten sie auch keine Verallgemeinerung. Sie haben schon immer oder niemals tust du. Auch hier fühlt sich der Gesprächspartner provoziert und reagiert vermutlich mit Vorwürfen. Zweitens. Sorgen sie dafür, dass ihr Partner, ihre Partnerin sie versteht. Sprechen sie darüber, wie es ihnen geht und was sie empfinden. Erklären sie ihre Meinung und ihre Wünsche. Wir nennen das Ich-Aussagen. Ein Beispiel. Sagen sie nicht, du sitzt jeden Abend vor dem Fernseher, sondern ich möchte mal wieder ins Kino gehen. Drittens. Der Ton ist genauso wichtig wie der Text. Wer seinen Partner anschreit, darf sich nicht wundern, dass zurückgebrüllt wird. Viertens. Gerade im Gespräch zwischen Männern und Frauen kann es Missverständnisse geben. Wir sprechen zwar dieselbe Sprache, aber wir meinen oft etwas Unterschiedliches. Männer planen und organisieren mehr, während für Frauen Gefühle eine viel größere Rolle spielen. Neun. Elterngeld. Die meisten Menschen in Deutschland wünschen sich eine Familie als Lebensform, damit Deutschland familienfreundlicher wird, hat die Bundesregierung 2007 das Elterngeld eingeführt. Es soll die finanzielle Situation von Familien verbessern und mehr Vätern die Möglichkeit geben, sich um ihre Kinder zu kümmern, damit die Frauen nach der Babypause schneller zurück in den Beruf können. Die Mutterschutzfrist von 14 Wochen ist aber weiterhin selbstverständlich. Das Elterngeld wird maximal 14 Monate gezahlt. Es beträgt zwei Drittel des letzten Nettoeinkommens, höchstens 1.800 Euro und mindestens 300 Euro. Beide Elternteile können die 14 Monate frei untereinander aufteilen. Ein Elternteil kann jedoch höchstens 12 Monate das Elterngeld in Anspruch nehmen. Zwei weitere Monate bekommt der Partner, wenn er in dieser Zeit das Kind betreut. Die Politik fördert damit vor allem Paare, die sich die Erziehungsarbeit teilen. Seit seiner Einführung am 01.01.2007 wird das neue Elterngeld immer beliebter. Auch bei den Vätern. Am Anfang haben nur etwa 3,5 Prozent aller Väter Anträge auf Elterngeld gestellt. Dieser Anteil ist bis heute auf 18 Prozent gestiegen. Vor allem Väter aus Berlin und Bayern nehmen dieses Angebot gerne an. Die meisten Männer beantragen das Elterngeld aber nur für zwei Monate. Nur jeder fünfte Vater steigt für ein Jahr aus dem Berufsleben aus. 7. Gesundheitsberufe Ich bin Physiotherapeutin. Früher nannte man das Krankengymnastik. Ich helfe Menschen, die sich nicht gut aus dem Berufsleben aus dem Berufsleben aus. Ich bin Physiotherapeutin. Ich bin Physiotherapeutin.